Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, zu einem weiteren Part von Portal 2 zusammen mit Tai. Ja, wir spielen das tatsächlich immer noch. Ja, kaum zu glauben, aber wahr. Ja, also wer die Folge bei Tai noch nicht gesehen hat, die kam am Dienstag raus. Wir hatten eine längere Pause halt, aus verschiedenen Gründen. Zum einen haben wir keine Termine gefunden, zum anderen war Tai krank und all sowas halt. Und ja, deswegen hat es ein Weilchen gedauert, bis wir es dann tatsächlich mal hinbekommen haben, wieder aufzunehmen. Und jetzt ist es soweit und ihr könnt euch wieder über wunderschöne Parts freuen, in denen wir nichts erreichen. Yay. Oh, schön. Ja. Hast du schon mal geschleimt? Du müsstest mal durch die Wand dort hinten. Okay. Weil meine Portale werden gelöscht. Ja, das ist die Farbe dort hinten. Ach, da hinten. Ja. Weil sonst werden meine Portale halt gelöscht, ne? Ja. Okay, jetzt würde ich die Farbe abbekommen. Also du kannst es mal drücken. Hab ich schon. Achso, ne, hab ich noch nicht. Und dann komme ich zumindest zum Exit. Du allerdings noch nicht, aber ich weiß schon, ist schon alles klar. Du, irgendwo. Ähm, die Frage ist. Achso, von hier aus kamen wir. Ja, du kannst doch hier oben. Also, ist schon. Von hier oben. Ist schon alles klar, ist schon alles klar. Ja, so. Jetzt. Nochmal drücken. Du musst nochmal drücken gehen. Du hättest mir auch einfach ein Portal setzen können. Ähm. Achso, ist da gar kein Portal. Ne, ne, hier oben ist keins. Ach, achso. Nur die Farbe wird jetzt zu dir kommen. Ich dachte. Hoffe ich zumindest, ja. Ja. So, und jetzt kannst du hochspringen. Und dann haben wir das Rätsel gelöst. Guck mal, der Part geht doch schon mal richtig gut los. Ja. Gleich auf Anhieb. Ich habe zwar keine Kontrolle über die Welt außerhalb der Teststrecken. Und hier ist er fertig. So, rei. Doch, die Montageeinheit kann euch beiden helfen. Auf der letzten Strecke werdet ihr sie brauchen. Dass eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Oh, oh. Ich vertraue ihr einfach nicht. Ich habe Angst. Okay, also hier oben sind Portale, die man machen kann. Da unten ist was. Da gegenüber. Da kommt die Farbe. Okay, die Farbe muss irgendwo hin. So viel ist schon mal klar. Richtig. Und wir müssen nach oben. Weil die Pfeile zeigen nach oben. Setz dein Portal da hin. Weißt du, das reicht schon? Dein anderes Portal ist weg. Du musst mich rein vor der Farbe setzen. Ja, ich habe aus Versehen, dass wir Gärte gesetzt. So, und jetzt hoffe ich. Mal gucken, was passiert. Ach so. Das fliegt gar nicht runter. Müssen wir uns dagegen schleudern. Ähm. Und? Und wie? Beziehungsweise, was soll das bringen? Ich habe gehofft, die andere Seite wäre auch so eins, was man andingsen kann, damit die Seite auch blau wird. Aber nein. Ach so, hier ist ja alles voller blauer Farbe. Und Mann, ich wollte da gerade, ich wollte gerade da oben hin. So, jetzt wären beide Seiten schon mal blau. Ja. Ist ja schon mal immerhin was. Ah, okay. Wir können uns wahrscheinlich, ähm, von hier oben hier runterfallen lassen, da unten hin. Oh. Ich habe aus Versehen Countdown gemacht, tut mir leid. Und dann, ähm, mit Hilfe von dem dann so dagegen, weißt du. Ah. Ich will nicht springen. Ich will nicht springen. Hoi. Ähm. Na, ich komme auch mal zu dir. Huch, huch. Huch. Hup. Nein, du hast... Ja, 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 gut. Alles gut. Spring rein. Du wirst da noch zu dir kommen. So, und jetzt das hellblaue, hast du das schon gesetzt? Ja, ist alles gesetzt. Dann gucke ich erst mal, was passiert. Ja, es klappt sogar, oder? Das ist cool. Musst du irgendwas drücken? Nee, ne? Wir freuen uns nicht. Ich habe einfach sicherheitshalber, äh, nach vorne gedrückt. Ja, ich drücke hier nichts. So sicher war es sicher. Das war jetzt ja mal easy. Das war jetzt mal easy. Wenn das schon alles war. Natürlich nicht. Mein Gesicht dabei total angespannt. So dachte ich, lass mich nicht runterfallen. Lass mich nicht runterfallen. Oh Gott, da oben, da oben. Das sieht auch so aus, als könnte man das bedingten. Okay, die Farbe kommt da hinten raus. Ein Laufsteg haben wir. Hier haben wir noch... Auch nochmal das. Guck mal. Muss ich mir auch mal angucken, wie es da hinten aussieht. Okay. Soll ich mal durchgehen? Einfach mal? Ja. Und guck mal, was da so... Wo das passiert. Hast du in den Tod gesprungen schon wieder? Schon wieder. Das machst du gerne. Okay, wirklich weiterkommt man dort nicht. Aber hier oben sind Portale. Aber da oben. Kannst du dort bei der Farbe irgendwie ein Portal setzen? Weil der Farbe... Ist da ein Portal? Das ist ein Portal. Ja, das ist ein Portal. Drück mal nochmal. Ja. Kommt die Farbe? Sie kommt. Ja, hervorragend. Okay, dann drück ich gleich nochmal. Weil da oben ist nämlich ja auch so eine Wand, wo du kannst. Drück mal nochmal. So eine Löschwand. Und jetzt vielleicht denselben Trick nochmal. Okay. Sieht einfach so lustig aus. Aua. Hör, 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 hör. Wo bin ich? Ah, ich bin beim Ziel. Beim Ausgang. Coole Sache. So, und kommst du auch noch nach? Oder willst du da stehen bleiben? Ja, ich kann nicht nachkommen. Du kannst nachkommen. Hier sind auch nochmal zwei Portale. Ich glaube, die muss ich jetzt benutzen. Ich weiß bloß noch nicht hundertprozentig, wofür. Da ist auch noch ein Portal. Ich habe hier nicht so den guten Überblick. Du müsstest mal irgendwie hier so hinkommen und gucken, wie man das hier machen kann mit den Portalen. Ja, ich habe keine Ahnung. Dort unten ist halt eins. Genau. Oder du, ähm, ach nee, du kannst ja das dann nicht machen. Du könntest einfach mal die Farbe drücken. Wir können ja einfach mal durch alle Portale Farbe fließen lassen. Kann ja nicht verkehrt sein. Ja, aber deins wird doch gelöscht, dein Portal. Bei der Farbe. Ja, aber kann ich neu setzen. Alles gut. Kannst du neu setzen, okay. Ja. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Die Farbe. Kommt die auf den Strahl? Ist die auf den Strahl gekommen? Nein. Nicht? Nein. Okay, dann nochmal. Nur gegen die Wand. Ah, gegen die Wand da. Alles klar. Gegen die Wand. Ja, okay. Ich habe es gesehen. Die fließt komplett daneben. Okay, und dann haben wir noch die. Und die macht auch nichts, oder? Nope. Das bringt nichts. Warte mal. Vielleicht sowas. Ach, da. Das bringt ja alles nichts. Mach nur mal dein Portal hier oben hin, dein rotes. Dahin. Dahin. Wohin? Ach, hier. Okay. Weil dann ist nämlich der Strahl, der Laufsteg Strahl, die zweite Wand und ich kann das nach demselben Prinzip machen. Ah, alles. Ah, alles. Ja. Ja, ah, okay, gut. Jetzt, jetzt habe ich es gecheckt. Wie wir es öfters in diesem Spiel haben. Ah. Ah, der Aha-Effekt ist auf jeden Fall da. Ah, ja. Sehr gut. Wunderbar. Das muss doch irgendwie die Menschen für diese Rettung ein Denkmal errichten werden. Keine Sorge, sollten sie je meinen heroischen Rettungsakt dokumentieren, werde ich dafür sorgen, dass eure Namen in den Fußnoten erscheinen. Willkommen. Genau. Und gleich aller Ruhm für die Rettung mir zufallen wird, glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Ihr habt euch hier Bande geschaffen, die ein Leben lang halten werden. Ach, genau, wir haben da eine neue Farbe. Okay, eine neue Farbe, und zwar die Orangen, ne? Ja, überleg mal, wenn du dir das so anguckst, wofür können die Orangen sein? Zum Duschen. Ja, das sowieso. Speed. Ja. Ich bin gut, ne? Ich bin gut. Ja. Gib mir Speed. Ach, hier ist der Knopf. Hey, ich will Speed. Okay, und Speedy Gonzales. Das ist ja sehr cool. Das ist echt lustig. Das ist sehr cool. Mann, ich fände mal voll gegen den Pfosten einfach. Bist du schon drüben? Ja. 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 Ich sollte vielleicht einfach in der Mitte laufen. Ah, wir brauchen noch einen Würfel. Geh nochmal zurück. Du darfst im Flug den Würfel fangen. Super. Von wo kommt der? Von da. Du musst dich orientieren, wie ich stehe. Ungefähr so fällt der. Also, das ist halt zumindest davor gefallen. Ich kann ja nochmal einen Probewurf machen. Ja, mach mal. Ja. Immer so hier den, den. Okay, sag mal nochmal, wenn du auf den Knopf drückst. Ich drücke. Okay, gut. Dann versuchen wir es. Okay. Mit E nimmt man, oder? Ja. Okay. Wie machen wir das jetzt? Sag, wenn du drückst. Ja, aber du musst... Okay. Drei, zwei, eins. Nein. Du musst früher los. Okay. Drei, zwei, eins. Oh! Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn nicht runterfallen sehen. Ich habe ihn nicht runterfallen sehen. Ich hätte ihn wieder nicht bekommen, wäre ich so gesprungen wie immer. Aber ich habe diesmal einfach nach oben geguckt und dann hat es geklappt. Sehr gut. Oh Gott, sieht das cool aus. Wir sind in so einer Kugel drin. Stimmt. Stimmt. Klong, klong, klong. Also hier wäre der Speed auch sehr praktisch gewesen. Um erstmal runterzukommen. Ja. Ja. Stimmt schon. Ah, okay. Wir sind fertig. Nee, ich glaube bezweifle ich. Ja, ja, also zumindest erstmal mit dem ersten Teil. Oh Gott. Ich sehe es schon kommen. Ich werde wieder zermatscht. Ja, wahrscheinlich. Hier kann man nur runterspringen. Hier kann man ein Portal machen. Da hinten kommt Farbe raus. Ist der Tücher halber, falls wir wieder hoch müssen. Ja, genau. Ich gehe mal runter. Okay, was ist das hier? Ich gehe auch schon mal runter. Okay, hier haben wir Nummer zwei. Ach, hier muss der Würfel hin. Wieder nummeriert. Ja, auf beiden Seiten müssen wir wahrscheinlich betätigen, damit der Würfel rauskommt. Ah, okay. Deswegen haben wir so Sachen wie Nummer eins und Nummer zwei. Und da oben steht Nummer eins. Also hier ist nochmal die Nummer eins dort. Ja. Und wir haben noch den Speed. Und wir haben hier noch einen Scheiter. Was macht der denn? Achso, der hätte ich mir auch denken können, die Farbe. Haben wir hier nichts? Doch, doch, doch. Alles gut. So, dann einmal so, dass wir da Farbe hinbekommen. Oh Mist, vielleicht hätte ich das nicht so früh machen sollen. Ich weiß nicht, ob genug Farbe drauf ist. Ah, ich gucke einfach mal nach, ob da genug Farbe drauf ist überall. Ihr wollt gerade nachgucken. Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Drücken wir nochmal drauf. Machen wir erstmal hier befüllen. Hättest du auch einfach von oben machen können, ne? Ah ja, siehste. Stimmt. Verdammt, falsches. So. Daneben. Daneben. Daneben jetzt. Ah, ich bin orange. Nein, du bist immer noch perlenweiß. Wupp. Ich war zu schnell. Ach man. Gesundheit. Ach, das war ein Huster. Ich denke, du bist gesund. Das war, wenn ich lachen muss, zu viel lachen muss, dann kommt das nochmal ein bisschen. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Und ich glaube, Anlauf müssen wir hier nehmen. Genau. Dann setzt da nochmal. Wo, 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 wo? Ersetzt doch einfach mein Pottoklaus, äh, mein Lilanes. Mit? Rot. Oder gelb. Nee, ich hätte es gelb nehmen müssen. Mach hier dann nochmal gelb hin. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das reicht einfach, wenn wir hier, oder? Wenn wir da hier reingehen, in diese Kammern jeweils. Ja, aber ich weiß nicht, ob das reicht vom Anlauf. Meinst du nicht? Ich weiß nicht, ob man das da oben färben kann, weil das ist ja, äh, Gitter. Ähm. Erstmal müssen wir sowieso hochkommen irgendwie, ne? Ja. Das ist so leicht, das hochkommen. Ja, aber wir müssen ja auch irgendwo wieder rauskommen. Ja, rauskommen müssen wir hier. Genau. Müssen wir nur gucken, wie wir das machen. Aber kannst du... Ohne, teste ich das kurz mal. Würden wir mal gern wissen, ob man das an... Flammen... Also hier, Farbe. Nö. Nö. Nö, schade. Ähm. Ja, also erstmal müssen wir hochkommen. Ja. Und gleichzeitig dann aber auch hier drauf irgendwie ein Portal haben, ne? Ja. Was das Problem an der Sache ist. Ja. Also einen bekommen wir auf jeden Fall rein. Ja. Ah, doch, ich weiß wie. Okay, komm runter. Ich hab ne Ahnung. Dann muss da andere von hinten wahrscheinlich. Komm erst mal runter, ich weiß wie. Vertrau mir. So. Ja, also ich tippe mal darauf, dass der andere dann von hinten... So, ähm... Warte mal. Wo willst du reinlaufen in welches? In das gelbe? Einfach so, wie es jetzt ist? Ja, das gelbe ist direkt vor mir. Okay, dann lauf. Ne, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ne. Ähm, okay, dann hab ich ne andere Idee. Dann geh nochmal hoch. Und... Ähm... Moment. Und das? Ja, du solltest noch nicht reingehen. Geh mal wieder hoch. Ja, ich bin nur nach hinten gelaufen. Ach so. Also so nach hinten gerutscht, weißt du? Okay, so. Und jetzt... So. Ach, wahrscheinlich. Und jetzt setz mal dein... Oder... Äh, wie machen wir das am besten? Ähm... Warte mal. Genau, setz mal erstmal hier rauf. Deins. Mach mal darauf deins. Hier außen. Da drauf. Okay. Und jetzt gehst du hier hoch. Ja. Ja. So. Ja, jetzt klappt's. Ja. Okay, und jetzt brauchst du... Ja, okay. Los. Ja, das hätte funktioniert. Okay, gut. Ähm... Moment. Wobei, so müsste es eigentlich auch klappen schon, ne? Ja. Okay, warte, warte, ich sag, ich sag dir, wenn sie... Ja, wenn sie unten sind, wahrscheinlich, ne? Lese, ja. Okay, jetzt. Klappt immer noch nicht. Nee, ich bin dagegen gedotzt. What? Ob man springen muss? Ich hätte auch total setzen können. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich hab das nie gemacht mit springen. Okay, lass mich nochmal hoch, bitte. Hup. Wo bin ich denn jetzt hier? Hä? Was machst du mit mir? Willst du mich verarschen? Wo bin ich? Ich hab nicht gesehen, dass du noch weiter geflutscht bist. So, okay. Ja, ich bin gestrungen. Jetzt hat's geklappt. Mit springen also. Mit springen. Ja. Okay. Runter. Uh. Okay, ich hab's geschafft. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut. Jetzt, jetzt nur noch du. Ja, jetzt nur noch ich. Ich muss dich hoch lassen. Ja, so geht's nicht. Nee. Du musst wieder raus. Deswegen wollte... Deswegen... Du musst wieder unten raus. Geh raus und setz dein Portal von der anderen Seite. Deine Portale in der Mitte sind beide. Ja, ja. So. Dann musst du da noch... Also... So, jetzt kommst du hoch. Also erst mal hier oben. Irgendwo. Oder dort, ja. So, genau. Okay. Dann viel Glück. Hä? Ja, ach so, ja, klar. Schon gut. Mhm. Lauf! Da fehlt der Speed, ne? Ja, da fehlte mir echt zum Schluss Speed. Okay, alles klar. Dann musst du den Knopf mal drücken. Ich weiß halt nicht, woran das jetzt lag, weil... Ich weiß schon, woran es lag. Da ist halt kein Speed. Da unten. Da müssen wir noch Speed hinstreuen. Also einfach den Knopf drücken gehen. Ah, dort ist ja... Ah, okay. Das habe ich nicht gesehen, dass da bei deiner Seite drauf ist. Ja, ich habe nicht darauf geachtet, dass hier keiner ist. Ja, das ist ja auch nur per Zufall, weil ich sehen wollte, ob das da oben einzufärben ist. Ja, also so dürft ihr es jetzt auf jeden Fall schaffen. Gut, dann erst mal wieder die Portale in der Mitte setzen jeweils. Ja, ja. So, dann kannst du hier hoch. Du kannst sagen, irgendwas stimmt da nicht. So, okay. Dann kann es losgehen. Okay. Sorry. Du schaffst das. Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber... Sehr gut. So. Ich habe voll gegen die Wand geknallt. Ja, so viel Speed, wie ich drauf war. Oh Gott! Es ist sich direkt neben mir. Ich wäre vielleicht einfach reingelaufen jetzt. So. Und wenn du den da reinlegst, geht es einfach auf, oder? Ja. Sicher? Ja. Oh, gut. Und dann ist das Level beendet. Oh mein Gott! Du darfst trotzdem viel schneiden. Sie teilt meine Hingabe für die Rettung gefangener, weinender, verletzter, sterbender Menschen nicht. Wenn euch das nicht motiviert, dann weiß ich auch nicht. Habt ihr schon einmal Menschen gesehen? Sie sind genau, wie man es sich vorstellt. Übelriechend, widerlich, anstrengend. Manchmal möchten sie einen auch umdrehen. Aber sie sind tolle Testsubjekte. Ich hab mir nur gedacht, jetzt im Sommer? Ja, ja. Definitiv. Okay. Dann ist aber jetzt hier der Part zu Ende. Ja, du darfst ihn beenden. Wieso ich? Das ist dein Part. Ja, ich hab ja schon begrüßt. Was ist auf deinem Kanal? Hä? Ich hab ja schon begrüßt. Du darfst beenden. Das ist eine Ehre. Los, mach. Warum? Mach. Ich hab beim letzten Mal schon beendet. Und da hab ich ihn auch begrüßt. Frau, du Sau. Ja, auf deinem Kanal ist es ja auch keine Ehre zu begrüßen und zu verabschieden. Das ist ja nur auf meinem Kanal, weil ich so 200 Millionen Abos hab und du drei oder was war das? Du hast dich ja nur eingekauft hier. Sagt der Richtige. Okay, dann sag ich halt. Das war's mit diesem Part. Schaut beim nächsten Mal am Dienstag bei Thai vorbei. Da geht's weiter, denke ich. Ja. Wenn wir es wieder hinbekommen, regelmäßig aufzunehmen. Und, äh, ja. Und am Donnerstag dann wieder bei mir. 16 Uhr bei dir, 18 Uhr mittlerweile bei mir. Ah, okay, gut. Gut. Ähm, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.